Hier präsentieren wir die 5 beste Stillkissen für ein entspanntes Schlafen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Aktion Scamp Stillkissen Schwangerschaftskissen. Sie können die Schwangerschaftsschier des Herstellers Scamp zu einem sehr günstigen Preis kaufen. Diesen Kusshandschuh gibt es in einer Vielzahl von Farben und kinderfreundlichen Mustern oder Designs, so dass es kein Problem sein sollte, eine passende Option für Sie zu finden. Dieser Stillkiss ist mit Polyester gefüllt, das bei der Benutzung nicht schnell trocknet. Außerdem ist der Bezug aus hochwertiger Wolle gefertigt. Daher gibt es überhaupt kein Problem, wenn die Wäsche und der Bezug vertauscht werden. Nummer 4. Motorhut Stillkissen Grau Ökotex Standard 100 Das Motorhut Stillkissen des gleichen Herstellers kommt bei den Amazon Kunden ebenfalls sehr gut an. Hier erhalten Sie ein hochwertiges Stillkissen, das sich leicht abnehmen lässt und mit einem Bezug zu Ihnen nach Hause geschickt wird. Dieser Artikel ist komplett aus Baumwolle gefertigt und entspricht dem Kotex Standard 100, was bedeutet, dass Schadstoffe ausgeschlossen sind. Das Motorhut Stillkissen ist nicht nur ergonomisch geformt, sondern auch in einer großen Auswahl an Farben erhältlich. Es stützt den erhöhten Rücken, was besonders während der Stillzeit des Babys wichtig ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Das Original Terraline Schwangerschafts- und Stillkissen. Sie können sich auch ein besonders schönes Stillkissen der Marke Terraline sichern. Die Mikrobernen, die als Füllung verwendet werden, zeichnen dieses Stillkissen durch seine hohe Qualität, seinen festen Halt und seine Haftfähigkeit aus. Das Material hat den Vorteil, dass es besonders klangvoll eingesetzt werden kann. Das Stillkissen von Terraline ist 190 cm x 38 cm groß. Der Hersteller gibt ein Fassungsvermögen von 40 Litern an. Die Zuglasche, mit der man den Bezug leicht herausnehmen kann, ist lang und an den Seiten abgedeckt. Das macht die Benutzung dieses Stillkissens besonders komfortabel. Nummer 2. Obea Germany Stillkissen 190 cm x 76 cm XXL Sie können auch ein Premium Stillkissen vom Hersteller Obea Deutschland erwerben. Dieses Kusskissen ist sowohl für Babys als auch für Erwachsene geeignet. Im schlimmsten Fall kann das Kissen auch als Aufbewahrungskissen und als Seitenkissen verwendet werden, was außergewöhnlich breite Einsatzmöglichkeiten bietet. Das 190 cm lange und 38 cm breite Stillkissen des Herstellers Obea ist mit Silikonfasern gefüllt. Dies hat den Vorteil, dass das lästige Klappergeräusch, das bei mit anderen Materialien gefüllten Stillkissen häufig auftritt, vermieden wird. Außerdem kann man das Stillkissen am Ende zusammenstecken. Und die Nummer 1 unserer Liste. Stillkissen und Lagerungskissen, Punktegrau 180 cm. Zu Beginn möchten wir Ihnen das beliebteste Stillleben des Amazon Stores zeigen. Dabei handelt es sich um ein gut verarbeitetes Modell von Filikit, das Sie bereits für weniger als 30 Euro bekommen. Sie können die bequemen Still- und Aufbewahrungsstühle auch während der Schwangerschaft nutzen. Dieses Modell hat eine Gesamtlänge von 180 cm und ist so gestaltet, dass es einer Banane auf flexible Weise ähnelt. Dieses Filikit Stillkissen ist durch diese biegsamen Eigenschaften recht flexibel im Gebrauch, was sehr nützlich ist.